So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute über einen ganz, ganz besonderen Gast. Das ist die Jenny und die Germany's Next Topmodel-Fans unter euch werden sie kennen. Sie hat 2008 die Staffel gewonnen und ganz toll, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Ja, sehr schön. Wie war das denn damals? Magst du so ein bisschen erzählen? Weil Germany's Next Topmodel ist ja schon ein großes Ding, würde ich sagen. Und öffnen Türen einfach, ne? Also das kann man ja jetzt sagen, das ist jetzt keine Dorf-Beauty-Queen. Ja, es ist Türenöffnend. Das ist unheimlich wesenverändernd. Also man wird sehr geprägt. Man verändert sich, gerade ich war ja 16, bin 17 geworden. Dann ist das nochmal viel, viel prägender. Ja, das verändert einen. Absolut, das kann ich mir vorstellen. Wo ist denn da das Mindestalter? Das Mindestalter damals war 16. Mittlerweile hat es sich erhoben auf 18, was ich ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt finde. Denke ich auch. Also 16 ist natürlich eine Phase, wo man wahrscheinlich sehr mit Unsicherheiten dem eigenen Körper gegenüber zu kämpfen hat. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Rolle in einem gewissen Druck ausgesetzt ist. Wie hast du das damals erlebt? Tatsächlich gar nicht so. Ich war, ja, ich war unsicher, aber das will ich gleich sagen, warum. So im Großen und Ganzen habe ich das eigentlich eher mit einer Blauorgigkeit gesehen. Bin da reingegangen und habe gedacht, ich mache das mit und ich habe eigentlich nicht viel zu verlieren, weil ich gehe dann wieder zurück in die Schule und das passt dann schon. Ja. Ne, das war für mich gar nicht so. Ich habe mir gar keinen Druck gemacht. Den einzigen Druck, den ich mir gemacht habe, war, und das ist einfach das Dümmste, was man machen kann, die Oberweite, ganz banal ausgedrückt, weil ich einfach sehr schmal war und sehr groß war und dementsprechend wenig Oberweite hatte und immer gesagt habe, oh, das kann ja nicht gut sein, das ist ja nicht das, was die Männerwelt will. Ich hatte gar keine Ahnung von der Männerwelt damals, aber trotzdem wurde das einem immer eingebläut. Das wurde von außen so kommuniziert auch. Ja, aber schon vor Topmodel, also das ist ja immer so ein Ding gewesen. Und das ist mittlerweile, ich bin total glücklich mit meinem Körper, so wie er ist. Du schaust toll aus, kann ich sagen, ja. Das ist eine tolle Ausstrahlung. Genau, und ich glaube, das war so das Einzige. Und das hat mir eigentlich die Zeit da gezeigt, dass das gar nicht so sein muss, sondern dass man auch mit anderen Körperformen, im Gegensatz zu heute, wo viel gesagt wird, dass das damals, ja, es gab damals nur diese eine Richtung, dieses typische groß, schmal. Mittlerweile hast du ja andere Körperideale. Also mittlerweile gibt es ja auch die Curvy Models, was ich auch einen super Schritt finde. Absolut, ja. Weil ich finde, die Schönheit ist halt nicht, das ist nicht auf dem Papier, da steht die Schönheit nicht. Sondern du guckst den Menschen an und du siehst ihn und du siehst, ob er schön ist oder nicht. Für dich ist er vielleicht schön, für jemand anderen wieder nicht, das ist aber auch in Ordnung. Und das zu verstehen, zu akzeptieren, da wurden die Grundsätze dafür gesetzt, würde ich mal sagen. Es hat dann noch sehr, sehr lange genauert, bis ich dann sehr zufrieden war mit dem, was ich hatte, wie ich bin. Aber die Grundsteine wurden da schon gelegt. Hat dir diese Sendung dann mehr Druck gemacht oder den Druck genommen? Wenn du sagst, du hattest selber schon den Anspruch lange zuvor an dich, wurde das in der Sendung bestärkt oder eher so, okay, akzeptiere dich selber und wirke mit deiner Persönlichkeit? Also ich habe da dann festgestellt, wie ich auf andere Menschen wirke. Ich hatte immer das Gefühl, es interessiert sich nicht wirklich jemand für mich, weil ich immer sehr groß war und als Frau groß zu sein ist ja, sage ich mal, schwieriger. Obwohl ich bin total gerne so groß. Also ich liebe es. Ich mag das total gerne. Wie groß bist du? 1,81. Ja. Also ja, ich mag das wirklich. Ich bin total gerne groß. Ich bin überhaupt nicht unzufrieden damit. Wie war das denn in der Jugend? Bist du so gelaufen oder hast du dich… Ja, definitiv. Ne? Schlechte Haltung und war fünf Zentimeter klein, ja. Ungefähr so war ich da. Ja, nee, so ist es wirklich. Ich habe mir auch dann einen ganz, ganz bösen Blick angewöhnt. Den kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Weil ich so, ich wollte, dass diese Blicke aufhören, ne? Also einfach nur wie in dieser Größe. Und dann habe ich Bilder geguckt und dann haben die Leute weggeguckt. Das war gut für mich. Ein Schutz also einfach, ne? Genau. Ich glaube, das hat sich gut gewandelt. Ich bin mittlerweile recht viel am Lachen. Ja. Ich merke immer noch, wie ich hier Schultern zusammenziehe, ne? Also, ja, mir würde es mal ganz gut tun. Ja. Noch mal ein bisschen mehr Training für aufrechtes Sitzen und sowas, ne? Aber das hat ja jetzt nichts mehr mit der Haltung dir selbst gegenüber zu tun, sondern körperhaltungsbedingt einfach. Wann wurde denn der Hebel umgelegt für dich? Also war das dann während der Show oder danach irgendwann, als du einfach gemerkt hast, okay, ich überzeuge durch mein Äußeres natürlich in deinem Fall auch jetzt bei der Show, aber primär durch die Persönlichkeit? Boah, die Persönlichkeit kam, glaube ich, echt erst später. Ich habe da erst mal begriffen, was für eine Wirkung ich habe. Gerade wenn ich dann nochmal High Heels anhatte, war ich ja dann fast zwei Meter groß, ne? 1,95 oder sowas, je nachdem. Das ist halt schon groß. Es macht was her, ja. Es ist imposant, ne? Genau. Und ich glaube, die Persönlichkeit hat sich vielleicht ein bisschen herauskristallisiert damals schon. Aber dass ich das bewusst gemerkt habe, dass ich eine Persönlichkeit habe, das kam ein bisschen später erst. Also für mich war immer klar, es gibt Dinge, die ich nicht machen werde für kein Geld der Welt. Das war für mich schon immer, das war für mich klar, das war nicht der Redewert. Also es gab dann mal, ich weiß gar nicht, das ist auch schon Jahre nach dem Sieg her, dann kam jemand und hat gemeint, ja, wir können eine Brustvergrößerung bei dir machen, weil du hast ja nicht so viel und musst dann dafür auch nichts zahlen. In dem Wortlaut? Ja, so ungefähr. Und dann habe ich gemeint, danke, nein, ich bin zufrieden, danke der Nachfrage. Und wenn das kurz vor der Sendung passiert wäre, hättest du es angenommen? Nein. Für mich, ich möchte keine Veränderung an meinem Körper. Ich kann Menschen verstehen, die das machen möchten und ich akzeptiere und respektiere das auch völligst. Aber ich selber möchte es nicht. Es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich habe aber auch keine Beeinträchtigung. Also wenn jetzt jemand das aus Schönheitsgründen macht, auch völlig fein damit. Wenn das jemand aus gesundheitlichen Gründen macht, dann kann ich es auch absolut nachvollziehen und dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber für mich war schon immer klar, ich möchte nichts an meinem Körper verändern. Auch meine Ohrlöcher hier, die habe ich mir erst mit 18 stechen lassen. Beziehungsweise ich habe das damals geschenkt bekommen von Kumpeln, Kumpels, die gepierst waren und Tattoos hatten, glaube ich. Und die konnten sich nicht vorstellen, dass ein Mädchen keine Ohrlöcher hatte. Dann habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen zum Geburtstag, genau damals. Und dann habe ich das machen lassen. Ich bin jetzt zufrieden damit, aber ich trage nicht oft Ohrbringe. Ja, war spannend. Aber wie lange hattest du den Wunsch oder was hat dich dazu gebracht, dich da wirklich zu bewerben? Das war die dritte Staffel, wenn ich das richtig zuordne, oder? Dann hattest du ja schon den Verlauf zuvor mitbekommen. Ich habe gar nicht wirklich für mich selber entschieden in dem Moment. Das war damals ganz lustig, weil im Stall, wir saßen in der Runde und es kam wieder die Werbung für dann die dritte Staffel, bewirb dich und na, na, na. Dann dachte ich, okay, schön. Und dann sagten alle, ja, komm, bewirb dich doch mal, Jenny. Ich meine, wieso soll ich mich denn bewerben? Was wollen die denn mit mir? Ich habe Narben an den Knien. Weil ich damals dachte, Narben, also du musst einen makellosen Körper haben. Das ist ja auch das, was mittlerweile so extrem ist auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Dass die Körper so perfekt aussehen. Dabei ist kein Körper perfekt. Und das ist ja das Perfekte. Ja, mit einem Filter, ne? Genau. Und ja, ich war 16 und dachte mir so, nee, was wollen die mit mir? Ich bin, nee, überhaupt nicht. Also das war viel, wer das gesehen hat, der weiß das auch noch, wie schüchtern ich damals war. Und wie sehr ich mich in der Staffel auch verändert habe. Über welchen Zeitraum hat die sich erstreckt? Drei Monate knapp, glaube ich, war das. Es fing im Januar an und fertig war es im April. Und dann das Finale, aber dann noch drei Monate. Und hattet ihr dann irgendwelche Coachings auch in dem Rahmen? Oder einfach nur die Shootings, die ja eben ein bisschen, sage ich mal, herausfordernd waren, so wie ich das verfolgen konnte? Wir hatten zwischendurch auch mal Coachings, ja. Aber ich hätte mir viel mehr gewünscht. Ich bin, ja, also heute weiß man ja, dass so eine Show eine Show ist. Ich wusste auch damals, dass es eine Show ist. Aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung noch gewünscht, weil ich war halt auch so jung und ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen, so wirklich, wie verhalte ich mich denn jetzt? Und wir hatten dann auch Interviewtraining. Das wurde aber auch live, was heißt live, das wurde auch gefilmt. Und dann wurden wir auch bewertet. Ich weiß auch mittlerweile, dass vieles gesagt wurde, was gar nicht so der Fall war, sondern dass man das halt auch ein bisschen so schneiden kann, wie man das möchte. Also der Schnitt macht schon viel. Dass man jemanden kreiert, sozusagen, als Person, die und die Eigenschaften da rausarbeitet dann, dass der in dem Licht dasteht, derjenige so. Genau, du kannst jemanden über einen anderen schlecht reden lassen und es so darstellen, als ob er jemanden ganz anderen meint. Also du filterst etwas raus, da redet jemand ganz schlecht über Person A. Im Schnitt wird es dann aber so gemacht, dass Person B ganz schlecht dargestellt wird. Das geht schon. Woher weißt du das? Wenn da das richtige Bild eingeblendet wird in dem Moment, der Schnitt kann zaubern. Ich denke aber auch, man muss auch überlegen, was man liefert vor der Kamera, was man sagt. Es kann alles gegen dich verwendet werden und das muss dir halt klar sein. Und es wird aufgezeichnet, ne? Genau. Aber nochmal zurück, also ihr hattet die Stallrunde und dir wurde nahegelegt, dich da zu bewerben und dann hast du erstmal hin und her überlegt oder haben deine Freundinnen dich dann angemeldet? Das hört man ja auch immer wieder. Wie ist das dann abgelaufen? Das war damals so, ich weiß es noch, das war am 3. November ist meine Oma leider verstorben damals und am 5. November war das Casting in Offenbach. Und Offenbach war nicht weit weg von uns. Und dann bin ich zu meinem besten Kumpel damals hin, der hat sich an dem Tag noch ein Zungenpiercing stechen lassen. Und dann habe ich gemeint, also wenn du mitkommst, dann fahren wir da jetzt hin und dann bewerbe ich mich da. Wenn du nicht mitkommst, dann mache ich das nicht. Und ich habe gemeint, ja, ich gehe mir mal noch ein bisschen Eis besorgen, um das zu kühlen, aber dann fahren wir da hin. Und dann sind wir da hingefahren und das war seltsam, weil das in einem Kino war und du bist die Rolltreppen hochgefahren. Und dann hast du alle möglichen Mädels gesehen und da dachte ich, oh Gott, nein. Du wirst ja von oben bis unten gemustert und du fühlst dich einfach, als ob du fehl am Platz. Also ich habe mich fehl am Platz gefühlt. Und dann habe ich gemeint, ich würde mich gerne bewerben, was muss ich machen? Und dann, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass dann da auch ein Fotograf war, der hat ein paar Bilder von dir gemacht, dass du dich quasi damit bewerben kannst. Und dann hieß es ja, wir melden uns oder wir melden uns nicht oder irgendwie sowas. Also du wirst von uns hören oder eben nicht. Dann war das kurz vor Weihnachten, kam auf einmal ein Brief zu uns nach Hause. Hattest du in der Zwischenzeit darüber nachgedacht dann oder hattest du es ad acta gelegt und gedacht, ich, pff, schauen wir mal, was passiert, aber es ist nicht weiter wichtig. Kann ich dir nicht mehr sagen. Weiß ich gar nicht mehr. Ich war ja in der Schule, ich war wahrscheinlich abgelenkt davon. Kann schon sein, dass ich ab und zu mal daran gedacht habe, aber auf jeden Fall kam dann dieser Brief. Ich weiß, ich kam nach Hause und meine Mutter sagte, es kam Post für dich. Ich meine, Post für mich? Was soll ich denn für Post kriegen, ne? Ich war 16 und so. Ja. Und dann habe ich es aufgemacht und habe es gelesen. Schöne Zeit. Ja, genau. Und das habe ich gelesen und dachte, okay, krass, du bist jetzt eingeladen und bist unter den letzten 120, weil das stand schon da drin. Weißt du, wie viele sich beworben haben insgesamt? Ich meine 18.000 irgendwas. Wow. Aber alleine das ist ja schon Wahnsinn, ne? Genau. Und das war für mich damals schon so krass. Und dann sind wir halt, glaube ich, ich glaube, dann sind wir zu meinem Schulleiter, beziehungsweise Klassenlehrer, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genau gemacht haben, und haben halt besprochen, hier, wie schaut's aus? Lass dir das, lass dir nicht gehen, weil ich bin ja schulpflichtig gewesen. Ja. Und mein Schulleiter damals war superkollern und gemeint, er möchte mir nicht im Weg stehen, wenn das das ist, was ich machen möchte, soll ich es ausprobieren. Und ich kann einen externen Abschluss machen, weil ich ja in einer bestimmten Zeit nicht in der Schule dann war, ne? Drei Monate nicht in der Schule gewesen. Das ist ja eigentlich ein Grund, denjenigen nicht den Abschluss zu geben. Da war also dann schon absehbar, dass du drei Monate lang rausgenommen sein würdest. Im schlimmsten Fall. Ja, genau. Im besten Fall. Eigentlich, ja. Okay, also es hätte aber auch sein können, dass du einen Termin hast und die sagen, wer bist du denn? Geh weg. Genau, das hätte auch sein können. Das war in Köln, das 1. am 15. Januar 2008, weiß ich das noch. Da war mir super schlecht am Morgen. Vor Aufregung. Ich glaube, wir sind um 4 Uhr morgens losgefahren. Wie ist dann deine Mama und du, oder wer war da dabei? Mein Papa, meine Mama und ich tatsächlich, die haben mich dann hingefahren, haben da auch einen Moment mit mir gewartet. Aber es hat halt ewig gedauert und hat nicht aufgehört. Dann sind sie zwischendurch mal nach Köln in die Innenstadt einkaufen gefahren. War auch für mich völlig okay, weil ich mir dachte, okay, ich warte jetzt nur hier rum und dann müssen die nicht hier. Ist ja kein Thema. Ja, und irgendwann kam ich dann da dran. Und das Krasse war, dass ich direkt weiter gewunken wurde. Also ich kam vor die Jury, beziehungsweise wir haben vorher noch die anderen, die letzten aus der Staffel davor gesehen. Ich glaube, die besten 10 oder 15, ich weiß es nicht mehr genau. Lena Gerke gesehen, Barbara Mayer gesehen. Ich bin schon, boah, krass, reicht mir schon, ich kann nach Hause fahren. Ja, vielen Dank. Dann Payman gesehen und Rolf wusste ich damals nicht, wer das war. Weil er bei mir dann auch in der Jury war und dann natürlich Heidi gesehen und dachte ich, boah, krass. War das damals für dich so ein Vorbild auch schon, die Heidi? Oder kanntest du sie einfach? Vorbild nicht, aber ich bin total, also ich muss jetzt mal an der Stelle sagen, mittlerweile hat Heidi so einen enormen Respekt. Oder ich habe so einen enormen Respekt vor ihr, was sie erreicht hat. Das hat immer mal geschwankt bei mir, weil ich mir dachte, hm, vielleicht war ich auch ein bisschen verletzt, weil sich niemand danach, nach dem Sieg gemeldet hat. Aber wenn ich mir so überlege, was sie trotzdem erreicht hat, ne, jedes Jahr diese Staffel zu drehen, jedes Jahr das zu machen, ihre Kinder nebenbei, ihre Kinder so lange aus der Öffentlichkeit ferngehalten, das verdienten absoluten Respekt, was sie da gemacht hat. Und dass sie jetzt ihre Tochter unterstützt, wo sie kann, ich weiß nicht, diese Kommentare zu sagen, hey, ist ja klar, dass ihre Tochter jetzt erfolgreich wird, sie hat ja eine erfolgreiche Mutter. Ja, welche Mutter würde das denn nicht machen? Wenn das der Wunsch der Tochter ist, dann unterstütze ich doch, wo ich kann. Die Tochter modelt auch? Also ich bekomme das nicht mit, aber dann nehme ich, okay. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so damit angefangen und natürlich ist sie wild schön. Das heißt aber, sie hat sie aus der Öffentlichkeit rausgehalten, bis sie selber den Wunsch geäußert hat und rausgehen wollte. Ich glaube, bis zur Volljährigkeit oder wie, ich weiß gar nicht, aber halt sehr, sehr lange die Kinder Kinder sein lassen. Das ist halt, ja, war damals bestimmt ein bisschen einfacher, ne, aber Social Media gibt es jetzt auch schon seit 15 Jahren. oder länger, ne, und trotzdem hat sie die Kinder immer draußen gehalten. Oder wenn, wenn mal ein Bild gepostet wurde, immer so, dass die Gesichter nicht zu sehen waren. Und das, das finde ich halt, ist schon der richtige Weg. Ähm, genau, wo war ich denn jetzt? Achso, vielleicht war mein Ego dann so zwischendurch mal ein bisschen verletzt, so, warum meldet sie sich denn bei niemandem und ist eigentlich schade und sowas. Aber, ganz ehrlich, wie soll das denn funktionieren? Sie ist ja auch nur ein Mensch und sie hat ja auch nur 24 Stunden am Tag und trotzdem liefert sie immer wieder ab, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das hat auch absoluten Respekt. So, ähm, genau. Und dann habe ich sie gesehen. Und dann war für mich eigentlich schon, okay, alles klar, das reicht mir. Hat sich gelohnt, oder? Ich kann beruhigt nach Hause fahren. Ja, die Aufregung wuchs dann auch. Dann, ähm, hieß es auch, ja, ähm, so, ähm, jetzt haben wir uns vorgestellt, jetzt stellt ihr euch vor, jetzt kommt ihr bitte einzeln, ihr habt eure Nummern, wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ablief. Aber so, von wegen, ihr habt jetzt nur 10 Minuten Zeit. Und da war der erste Fehler, den ich, ähm, hatte in meinem Kopf. Okay, okay, wir haben nur 10 Minuten Zeit, alles klar, ich muss mich beeilen, bin losgerannt zu meinem Koffer. Wo ich mir dachte, ja, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich, ich dachte mir nicht, ich werde jetzt noch 3 Stunden warten. Weil, ja, es dauert halt. Es war halt nur fürs Fernsehen, diese 10 Minuten. Ach so. Und bin halt losgerannt, losgerannt und bin volle Kanne gegen den Kameramann gerannt. Weil, ich war mir nicht bewusst, dass jeder Kameramann, wenn er diese schwere Kamera auf der Schulter hat und das eine Auge zu hat, nicht sie, oder beziehungsweise, er hat es schon auf, aber er sieht es ja nicht, er sieht ja nicht, dass ich dann angerannt komme. Und ich laufe voll in keine Gegend, weil ich mir dachte, der muss mich doch sehen. Aus dem Bild. Du bist hier durch. Du bist hier durch. Du bist umgenietet. Das wurde gefilmt auch dann wahrscheinlich, oder? Nein, nein, okay. Also es war irgendwie auch, ja, für mich war klar, der sieht mich. Aber für ihn war halt klar, die anderen sehen mich doch. Die sieht mich. Ich sehe mir gerade das Bild vor von dieser Aufnahme. Das war bestimmt witzig, ja. Okay. Okay. Hast du dir wehgetan oder der Kameramann? Ich glaube nicht. Ich habe gar nicht gefragt. Nie wieder was gehört von ihm. Ich glaube tatsächlich, dass er später dort doch mal irgendwie ein Interview gefilmt hat, aber sich nicht erinnern konnte, dass ich das war. Okay, dann war es also nicht so schlimm. So schlimm nicht, nein, aber es war trotzdem super unangenehm, ja. Wie ging es denn dann weiter? Genau, dann haben wir ewig gewartet und irgendwann kam ich halt rein und dann hieß es, ja, alles klar. Genau, irgendwann kam ich dann halt ran und dann hieß es auch prinzipiell, okay, du bist sehr schüchtern, aber wir sehen Potenzial in dir und du bist direkt weiter. Und das Geiste war dann noch, das sieht man auch noch, das ist mir so eingebrannt ins Hirn, als ich dann später die Folge gesehen habe. Ich komme raus und sage, boah Leute, ich bin weiter. Und alle so, okay, cool. Wir freuen uns für dich. Ja, genau so war das. Man kannte sich ja noch nicht, man musste ja, ich wusste ja auch nicht, wie die anderen eigentlich sind, aber ich habe mich total gefreut, dass ich weiterkomme. Genau. Und dann ging das, glaube ich, noch bis spät in die Nacht und dann wurde ausgewählt, wer weiterkommt. Und dann wurden immer die Bilder gezeigt, weil ich glaube, an dem Tag war genau, da war auch noch so ein kleines Shooting, wir sollten Emotionen zeigen. Und jeder, der eben auf diesen Bildern gezeigt wird, auf diesem großen Screen, kam weiter. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt, weil mein Bild halt nicht erschien, mir aber gesagt wurde, ich bin direkt weiter. Ja. Und dann bin ich halt zu irgendeinem hin und gemeint, wie ist denn das jetzt? Muss ich jetzt nach Hause fahren? Ja. Oder fahre ich mit euch? Weil meine Eltern warten da, die wollen halt auch irgendwann mal nach Hause. Und dann ging es, nee, nee, alle, die denen gesagt wurden, sie sind direkt weiter, sind auch weiter. Das haben wir jetzt hier ohne die Bilder gemacht. Okay, alles klar, gut. Und dann, ja, ging die Reise los. Das heißt, du hast dann die Info bekommen, für dich geht es weiter, deine Eltern können nach Hause fahren und deine Reise beginnt. Genau, wir sind dann in der Jugendherberge gefahren worden, ich glaube, eigentlich nur, um die Koffer abzuliefern, beziehungsweise kurz einzuchecken. Und dann ging es zum Flughafen und dann ging es nach Barcelona, zu unserer ersten Modenschau, wo natürlich dann manche Schuhe nicht gepasst haben, zu klein, zu groß. Wo es die Klamotten vielleicht ein bisschen zu kurz, zu eng geschnitten waren, um einfach auch zu sehen, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Was war da aber gewünscht? Also was ist denn da erwartet, dass man alles kommentarlos annimmt oder schon Persönlichkeit zeigt und sagt, nee, das ist mir zu kurz, das trage ich nicht. Was ist da das Ideale? Ich würde sagen, damals war es das Ideale, nichts zu sagen, sein Ding durchzuziehen und abzuliefern. Ich glaube, heute ist es besser zu sagen, nein, mache ich nicht. Hier ist meine Grenze. Genau. Einfach, mmh. Wie hast du reagiert? Bei mir hat alles gepasst. Ah ja. Ich hatte Glück. Oder es sollte so sein, ja. Oder es sollte so sein, ja. Ich habe immer nur gedacht, oh Gott, ich werde das überhaupt nicht gut hinkriegen. Und ich habe schon Panik gehabt, dass ich das nicht gut gemacht habe. Und als ich dann später gesehen habe, wie schlimm es für andere war, weil die einfach überhaupt keine passenden Schuhe hatten oder die Klamotten sehr kurz waren, habe ich das dann doch schon ganz in Ordnung gemacht, würde ich mal behaupten. Aber warst du immer unter Anspannung und unter Selbstzweifeln? Dann während der ganzen Zeit? Oder ist das irgendwann gekippt und du hast gesagt, okay, die reagieren ja gut auf mich, ich scheine gut anzukommen, dann mache ich es wohl doch ganz gut. Die Selbstzweifel waren, ich glaube, die hat man immer ein bisschen. Es hat sich gewandelt, als dann die ersten Folgen ausgestrahlt wurden und ich da Reaktionen bekommen habe. Feedback von außen dann einfach. Genau. Und auch, man bekommt natürlich auch von Crew-Mitgliedern ab und zu mal was gesagt, wo jemand denkt, oh krass, echt jetzt? Aber positiv dann, überraschend positiv für dich. Ja, doch, definitiv. Also ich habe die Crew auch sehr gerne gehabt und das hat, glaube ich, auf Gegenseitigkeit beruht. Meistens. Gut, man hat ja immer mal jemanden, mit dem es nicht so ganz passt, aber wenn der Grundtenor gut war. Dazu kommt mir jetzt noch eine Frage. Was würdest du sagen, wo ist die Grenze, gesunde Selbstzweifel, um sich zu verbessern und weiterzuentwickeln? Und wo sabotiert man sich gegebenenfalls selber? Kannst du das greifen? Ich glaube, du musst einfach wirklich die Mitte wählen. Immer die Mitte. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wie bei allem. Du solltest nicht zu viel essen, aber auch nicht zu wenig essen. Du solltest nicht zu viel trinken, aber auch nicht zu wenig. Also du musst wirklich gucken, wo fühlt es sich vielleicht nicht ganz gemütlich an, aber wo fühlt es sich gut an? Mhm, das ist schön formuliert. Genau, da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, das Thema Spiritualität und Achtsamkeit im Alltag. Hast du in der Phase schon mit solchen Dingen gearbeitet, also irgendwie Spiegelarbeit oder Affirmationen oder in irgendeiner Weise selbst reflektiert? Also wie selbstbewusst warst du damals? Schön, dass du bewusst sagst, weil ich glaube, bewusst habe ich das definitiv nicht gemacht. Es klingt jetzt so, genau. Ja, ich glaube wirklich, dass ich das unterbewusst gemacht habe, weil ich mir auch immer wieder gesagt habe, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich bin so weit gekommen und ich habe nichts zu verlieren. Natürlich hat man gewissen Ansporn. Man möchte ja weiterkommen. Ja, also nicht, du hast hier nichts verloren, sondern nichts zu verlieren. Stimmt, ja. Genau, also da hat es einfach eine gewisse Leichtigkeit dann. Ja. Man hat mal eine schlechte Woche gehabt oder auch zwei, das ist aber auch völlig normal, das hat man im Alltag auch. Im echten Leben, ja. Ja, und das ist auch völlig normal und man, ich kann glaube ich behaupten, dass ich alles, was ich da gemacht habe und getan habe, aus Gründen getan habe. Es gibt so zwei, drei Situationen, die ich ein bisschen bereue, wie ich mich damals verhalten habe. Magst du Beispiele nennen? Das war damals mit, das war das Food-Shooting. Da hatte ich komplett Schokolade am Körper. Also nichts weiter an, außer Schokolade und ich glaube Nudelteig war es. So als Bikini, sage ich mal. Die längste Praline der Welt. Und dann war ich ein bisschen pumpig, vielleicht auch kam es bei anderen mehr pumpig an zu einer Kandidatin. Weil du angespannt warst? Ich war angespannt, ich war einfach, ich war fertig von allem und es war mir ein bisschen zu viel in dem Moment und sie war dann sehr laut und hat sich beschwert, weil sie hatte, ich kann es auch verstehen, sie hatte Fisch an sich, also Lachs und sowas. Lachs, war es Lachshaut, ich weiß nicht mehr, was sie hatte. Sie hat sich lautstark darüber beschwert, was ich absolut nachvollziehen kann mittlerweile. Aber in dem Moment hat es mich tierisch aufgeregt. Ich meinte, ach, jetzt hör doch mal bitte auf und sei mal ein bisschen, ne? Stellt dich nicht so an. Ja, und dann hat sie aber mir Konter gegeben und gemeint, ja, wir nehmen doch auch immer Rücksicht auf dich und das habe ich in dem Moment gar nicht überhaupt, also überhaupt nicht so wahrgenommen, weil ich war ja die Jüngste und alle haben wirklich Rücksicht auf mich damals genommen. Und das muss ich echt, eine ganz, ganz tolle Staffel war das eigentlich. Ja, und wie ich mich da verhalten habe, das finde ich halt blöd. Hast du das im Nachhinein dann nochmal angesprochen, also speziell mit dieser Kandidatin oder in der Gesamtrunde? Wir haben uns noch ein bisschen ausgesprochen, aber ich war da noch nicht reif genug, um das nochmal so anzusprechen, dass es dann wirklich aus der Welt gewesen wäre. 16 ist einfach jung, ja. Es ist einfach, einfach jung. Okay, also ihr habt dann einfach mehrere Herausforderungen durchlaufen und du hast tack, 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 Schritt für Schritt durchgemacht bis zum Sieg letzten Endes. Wann hattest du aber das Gefühl oder die Gewissheit, das wird meins? Als dein Name genannt wurde oder gab es irgendwann einen Moment, wo dir klar war, das ist jetzt so? Also es wurde ja vorher ganz oft spekuliert, dass es fest steht. Für mich stand es nie fest. Ich weiß noch, wir drei Finalistinnen sind dann vom, glaube ich, Hotel in die Location gefahren worden, an dem Tag, wo das aufgenommen wurde. Und dann lief im Radio, ich glaube, das war eins live, Köln. Ja, heute Abend ist das Finale und wir drei schon so, oh krass, mein Gott, es geht um uns gerade. Realisieren wir das gerade mal? Ähm. Und dann hieß es, ja, wer ist denn dein Favorit? Und dann sagte der Moderator, ja, ich doch, ich glaube, es wird die Jenny. Ja. Und ich so, äh, okay, krass. Sehr sympathischer Moderator. Ich glaube, dann habe ich noch eine Zeitung gesehen, wo, ich glaube, Dieter Bohlen gesagt hat, ja, meine Favoritin ist die Jenny. Und dann dachte ich so, krass, warum bin ich denn so der Favorit von allen? Weil wir sind ja alle drei im Finale und wir sind ja alle, wir haben ja alle irgendwie irgendwas ganz Besonderes an uns so, ne? Also eher die anderen haben was, ne? Also war für mich, ich bin für mich nichts Besonderes gewesen, weil ich mir dachte, die anderen sind auch besonders. Also wir sind klar, ich wollte mich nie so hervorheben. Ja, und dann letzten Endes habe ich an dem Finaltag, natürlich war ich aufgeregt, ich wollte alles richtig machen, alles gut machen. Aber für mich war auch da der Punkt, wo ich dachte, hey, das Schlimmste, was mir passieren kann, ich werde Dritte. Hallo? Das ist nicht so schlimm, ja. Nee, von dem her war ich da auch sehr entspannt. Also so eine gewisse Dankbarkeit dann einfach, dass du die Erfahrung überhaupt machen durftest und einfach annehmen konntest, was ist jetzt oder auch nicht. Ja, vielleicht das. Also es war, weil ich wusste, ich werde aufgefangen, wenn irgendwas ist. Das Leben geht weiter. Es ist nicht für mich dann Leben Ende. Fertig. Das nicht. Das nicht, genau. Okay, dann wie war es in dem Moment, als dein Name dann als Finalistin oder als Gewinnerin genannt wurde? Konntest du es sofort greifen oder war das erstmal wie in einem Tunnel? Wie hat es sich angefühlt? Krass. Ja. Ja, wirklich, ich war sprachlos. Sprachlos, weil du hörst deinen Namen, du siehst dein Bild. Und es hat was mit dir zu tun. Du checkst aber nicht, was passiert so ganz. Und dann kommen auch die Leute und umarmen dich und du denkst dir was? Und Janina. Was ist jetzt hier los? Hat mich umarmt und es hat mir so leid getan für sie. Sie war die Zweitplatzierte dann? Ja, weil ich mir dachte, dass sie, vor allem auch mit Christina, es hat mir so, ja, ich hätte es einfach beiden gegönnt. Das wäre für mich völlig ein Aufmerkmal gewesen. Ja. Hattest du das Gefühl, sie gönnt es dir? Oder wie hat es sich von deren Seite gerade? Ja. Definitiv. Wie gesagt, ich hatte eine ganz tolle Staffel. Mhm, schön. Also, Alameda ist auch eine Giselle, wo viele sagen, die Heulsuse, ja, sie ist eine Heulsuse gewesen, aber trotzdem ist es ein toller Mensch gewesen. Oder immer noch, also. Ja. Mein Gott. Bist du noch in Kontakt jetzt mit Kolleginnen, sage ich mal, aus der Staffel? Gar nicht mehr. Aber es ist auch nicht schlimm. Es war ein Lebensabschnitt und Menschen kommen, Menschen gehen. Ja. Und es ist auch in Ordnung. Und wenn jetzt diese Menschen wiederkommen würden, würde ich auch wieder… Die Tür ist offen. Genau. Ja. Komm rein, sag. Komm rein, setz Schindwitz einen Kaffee. Ja. Schön, ja. Und im Grunde hättest du ja da wirklich ein Modellleben starten können, ne? Also ich glaube, wenn man, also stelle ich mir so vor, wenn man diesen Titel hat, dann hat man schon einiges in der Tasche und kann, sagt man, die großen Laufstege oder wie ist die Formulierung bei Laufstege? Die Laufstege dieser Welt, ne? Kann man dann erobern. Und ich glaube, das kann man dann selber entscheiden, ne? Wie weit geht man? Auf welchen Laufsteg geht man oder welchen Weg wählt man? Ja, es war ein Sieg, aber dann wurden einem schon Steine in den Weg gelegt und ich hab das nicht… Ja? Ah ja. Ja. Ich bin, ich glaube, zwei, drei Wochen nach dem Sieg nach Paris geflogen und da hätte ich auch ein großes Magazin, hätte auf den Titel kommen können. Aber das wurde dann von gewissen Leuten nicht gewünscht und das hat mir vielleicht so ein bisschen den Weg verbaut, hat mich vielleicht auch so ein bisschen eine Mauer bauen lassen, wo ich sagte, warum nicht? Warum darf ich da jetzt nicht drauf? Und eigentlich wäre das doch für meine Karriere gut gewesen. Aber andere haben sich dann halt in den Weg geschoben und ja, ich weiß nicht. Es sollte auch, ja, damals der Vertrag unterschrieben werden von IMG Models. Der wurde auch nie unterschrieben. Ich war dann zwar da in der Kartei, aber es gab nie einen Vertrag in Papierform. Wow. Letzten Endes auch wurscht. Ja. Es kamen Aufträge darüber. Es kamen Aufträge, aber dieses, was es hieß ja, ein Vertrag mit IMG Models, den gab's halt prinzipiell… Mhm. Aber es hat alles so ein bisschen stagniert. Genau. Da bist du gelaufen. Es gab dann auch für C&A das Shooting und die, also die Werbekampagne und das war auch alles ultra schön und total ein tolles Erlebnis. So nebenbei hat man natürlich noch viel Geld verdient, aber es war für mich nicht so greifbar, dass das mein Job jetzt ist und dass ich damit, ja, ich hatte keine Ahnung, wie man seinen Lebensunterhalt verdient. Und dann kriege ich so viel Geld für das, was ich da mache und dachte, das ist es doch gar nicht wert eigentlich. Steht nicht im Verhältnis. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, da fing es an, dass ich mir so ein bisschen Mauern gebaut habe und gesagt habe, ich weiß nicht, ich will das nicht und ich muss auch gucken, was ich mache und will ich das überhaupt alles zeigen und was will ich überhaupt zeigen und wie funktioniert das alles und das ist viel Arbeit und ich wusste überhaupt nicht, wie ich das realisieren soll. Also ich habe ganz lange in so einer Findungsphase, glaube ich, gesteckt, wie ich das umsetzen muss, um erfolgreich zu sein. Ich habe das zu spät erst gesehen, wie das funktioniert. Sagst du rückblickend, du bereust irgendeine Entscheidung oder hättest aus heutiger Sicht was anders gemacht oder sagst du, nein, es war genau so, wie es passiert ist, richtig? Ich sage beides. Das ist genau richtig, wie es passiert ist. Ja. Aber mit dem Wissen von heute würde ich mir vielleicht öfters mal in den Allerwertesten treten und sagen, reiß dich zusammen, mach was, guck, dass du vorankommst, guck, dass du unter Leute kommst, guck, dass du was machst. Raus gehst. Ich habe mich nicht ausgeruht, aber ich habe so stagniert. Ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Das heißt, von der Seite aus kam auch da keine große Hilfestellung. Du hattest eigentlich den Vertrag und den Namen dann und diesen Titel, aber du warst dann wieder auf dich alleine gestellt. So ein bisschen. Natürlich kamen immer wieder Aufträge. Es kamen ja auch von der Agentur von ProSieben oder ja, da kamen auch immer wieder Sachen. Aber irgendwie hat sich innerlich bei mir alles so dagegen nicht gewehrt, aber gesagt, nee, irgendwie passt es nicht. Also das Modeln nicht. Das Modeln ist toll und das macht mir auch Spaß. Ja, modellst du heute noch? Nein. Nein. Aber einfach, weil ich auch keine Zeit dafür habe. Ja. Oder, ja, schwierig. Ich habe ja mittlerweile drei Kinder und ich habe mit zwei Kindern eine Ausbildung gemacht. In welche Richtung? Du bist ja zahlenmäßig dann unterwegs gewesen. Genau. Ich war dann im Steuerbüro und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Ja. Ganz klasse, ganz monotypisch. Das geht ja ungefähr in die Richtung, ja. Ja, das ist nur ein bisschen, ein bisschen Abzweigung. Ja, ja. Aber hat es dich da auch immer wieder gerufen oder warst du da primär patzig und hast gesagt, Mensch, die sind doof. Wobei, so würde ich dich jetzt gar nicht einschätzen, aber hattest du da die Verbindung zum Modeln dann verloren oder zugemacht oder wie würdest du es beschreiben? Nee, zugemacht habe ich da auch noch nicht. Also, ich habe irgendwann gesagt, als meine erste Tochter unterwegs war, dass es jetzt ein Cut ist und ich möchte sie auch definitiv nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich möchte auch meine Schwangerschaft nicht öffentlich machen und damit Geld verdienen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Also, jeder, der das macht, soll das machen. Aber für mich war es ein Verrat, so gefühlt an meinem Kind, was noch nicht mal auf der Welt ist und entscheiden kann. Und das wollte ich einfach nicht. Obwohl ich immer fand, dass ich eigentlich eine recht schöne schwangeren Kugel hatte und Figur hatte. Ich fand das eigentlich schon immer recht schön und habe das auch gerne gemacht. Aber es hat sich nicht stimmig angefühlt, das nach außen zu tragen dann einfach und davon zu profitieren einfach in finanzieller Hinsicht. Genau, das wäre für mich falsches Geld gewesen. Ja, kann ich verstehen. Was ist für dich jetzt aber rückblickend so die größte persönliche Bereicherung dahinter gewesen? Also, welche Erkenntnis, weil du bist jetzt, für mich hast du eine ganz mittige, liebevolle Ausstrahlung dir selbst gegenüber, auch deiner Familie gegenüber, sehr tief und erfüllt. Also, du bist jetzt so überhaupt kein oberflächlicher Typ, wie ich dich wahrnehme. Würdest du sagen, die Show hat da einen großen Beitrag zu geleistet oder war das einfach eine Erfahrung auf deinem Lebensweg? Weil das gibt dir natürlich Bestätigung. Ja, ich denke schon, dass die Show ausschlaggebend war dafür, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Einfach, weil es mir vieles gezeigt hat, vieles, was ich nicht sein will. Vieles hat sich dann für mich herauskristallisiert, was ich sein möchte. Und ja, ich glaube, das ging schneller. Das hätte vielleicht sonst länger gedauert. Und so habe ich erinnert. Katalysator einfach dann. Genau. Ging schneller. Ja. Ja. Ja, schön. Man erkennt schneller, dass nicht alle Menschen dir Gutes wollen, aber dass die Menschen, die dir Gutes wollen, da sind. Das ist schön. Ich kann mir vorstellen, da ist ganz viel Neid und Missgunst. Wie jetzt in der Szene, die du geschildert hast, als du rauskamst und gesagt hast, du bist weiter. Ja, dann herzlichen Glück und oh Gott. Ja, warum die? Ja, ich weiß noch nicht mal, ob sie das gedacht haben, aber es war halt keine Freude da, nichts irgendwie. Es war so, okay, gut. Manu. Ja. Aber ein Grinsen, ne? Von hier bis hier, aber nicht bis in die Augen. So ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt lebst du ja ein sehr erfülltes Leben. Also Spiritualität ist ja schon Lebensbestandteil bei dir, oder? Würdest du das sagen? Wir sind ja hier bei Love Yourself, Love Your Life. Da geht es ja um Selbstliebe und Spiritualität, deshalb würde ich dir den Bogen gerne so schließen ein bisschen. Ja, welche Rolle spielt Spiritualität für dich in deinem Leben? Ich denke, das ist meine Religion, wie für viele andere die Religion ist, in die Kirche zu gehen. Also dieses typische Bild, was man von Religion hat, ist das, sich selber finden, meine Religion. Ich bin auch noch dabei, mich immer wieder selber zu finden, neu zu entdecken und schwere Abschnitte hinter mir zu lassen, um wieder offen für Neues zu sein, für anderes, für Schöneres. Auch wenn man gedacht hat, man hatte was Schönes und sich dann aber auf einmal was noch viel Schöneres offenbart. Ja, es ist so ein bisschen die Religion. Sehr, sehr essentiell, genau so nehme ich es eben auch wahr. Und würdest du auch sagen, ohne, wenn du natürlich nicht möchtest, da jetzt zu konkrete Beispiele zu nennen, aber dass, ich sage mal, Schicksalsschläge oder in dem Moment negative Events die heilsamsten Erfahrungen in deinem Leben waren? Definitiv. Definitiv. Vielleicht nicht in dem Moment. In dem Moment nicht, nee. Das, glaube ich, ist ja nie so. Aber rückblickend, ja, definitiv. Doch. Ich kann jetzt gerade gar kein Beispiel nennen. Musst du auch nicht, genau. Mir fällt aber auch gerade nichts ein, mir kommt auch nichts in den Kopf gerade, aber ich weiß definitiv, wenn irgendwas Negatives war, dass sich danach alles wieder in die richtigen Bahn geschoben hat und es dann wieder gut weiterging. Ja, das ist bei mir selber auch so, die schlimmsten Erfahrungen in dem Moment, wo man wirklich sich so ungerecht behandelt gefühlt hat und als armes Ding und warum passiert es gerade mir, dass die am heftigsten geschüttelt haben und einen am meisten zurück in die Spuren zu sich selber gebracht haben. Ja, definitiv. Ich war ja im vorherigen Leben Physiotherapeutin, sage ich mal, ja. Im vorherigen Leben. Damals, als ich noch jung war. Da ist man ja sehr nah an den Menschen dran und die öffnen sich auch oft und da habe ich es eben ganz oft so von außen beobachtet, dass wirklich, wenn sie vermeintliche Schicksalsschläge erlebt haben, dass mit ein paar Jahren Abstand das wirklich als Wegweiser fungiert hat eigentlich. Und das möchte ich auch immer wieder Zuschauern mitgeben, dass man wirklich die Situation annimmt, die Verantwortung übernimmt und ganz wichtig finde ich, raus aus der Opferrolle zu gehen und in die Dankbarkeit und in die Annahme und einfach schaut, okay, wo führt mich das jetzt hin, weil das Leben führt einen ja. Apropos führen, ich weiß ja bei euch, wenn du es teilen magst, hat sich in letzter Zeit auch eine Lebensveränderung abgespielt. Magst du das? Dezent, ja. Ein bisschen, ein bisschen was ist anders. Was meinst du denn gerade? Ich glaube, du hast jetzt Rollis seit Neuestem, die hast du früher nicht so gesagt. Oder was war das? Ja, früher war ich echt freizügig, aber mittlerweile mag ich das Zugeknöpfte. Ja. Liegt vielleicht auch am Klima. Ja. Ja, nee, das ist relativ frisch sogar, dass wir jetzt nicht mehr in Deutschland leben, sondern mittlerweile in Schweden angekommen sind und sehr, sehr glücklich sind. Toll. Fühlt sich nach zu Hause an. Definitiv. Definitiv. Zwischen, keine Ahnung, Fuchs und Hase. Definitiv mitten im Wald. Ja. Kann man nicht anders sagen. Die Pferde dabei und Kinder können spielen, wie sie wollen. Kinder sind auch dabei. Ja. Die Kinder sind auch dabei. Ein bisschen zu lange wach jetzt, aber gut. Ja. Nein. Es ist definitiv eine Veränderung gewesen, ja. Wie lange habt ihr das geplant? Ich würde mal sagen, anderthalb Jahre, zwei Jahre bestimmt. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Es kam mal so ein Impuls von meiner Mama. Was haltet ihr denn von Schweden? Ja, das ist schön. Ja. Ja. Warum fragst du? Wollen wir da mal hin? Ja. Ja, für den Urlaub oder was meinst du jetzt? Ja. Ja. Ja, so für immer. Äh, okay. Ja. Moment, was? Warte mal. Wie meinst du das jetzt? Meinst du das jetzt ernst? Ja. 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 Und da, das war der Funken und dann entwickelte sich immer ein viel, viel größeres Feuer und dann brannte es in uns allen. Toll. Und das haben wir auch nicht bereut, ne? Ja. Überhaupt nicht. Schick mir glich. Mhm, toll. Ja, es fühlt sich auch sehr angekommen an bei euch, ne? Ja, definitiv. Es ist entschleunigend, diese Natur. Nee, die man hier haben kann. Die kann man mit Sicherheit auch in Deutschland haben, aber halt zu einem anderen Preis. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich finde es sowieso so wichtig, sich immer wieder zu erden und mit sich selbst zu verbinden und da ist Natur einfach unfassbar kraftvoll, ne? Also, dass man wirklich zu sich selber findet dadurch, ne? Gerade mit den Tieren, ne? Das weißt du ja auch. Ja, das weiß ich auch. Mit den Tieren in der Natur zu sein, gibt nichts Schöneres. Richtig, ja. Ja, definitiv. Aber apropos zu sich selbst kommen, meditierst du denn selber auch? Oder was ist so deine spirituelle Selbstliebe-Achtsamkeitspraxis? Schweden. Ja. Tatsächlich, also ganz blöd, das Misten von Ferneboxen ist meine Meditation. Ja. Ich kann das nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber das ist unheimlich erbend und runterkommend. Ja, meditativ. Ja. Ich möchte definitiv, also ich habe ja vor ein paar Jahren mit Yoga angefangen, das habe ich dann unterbrochen, weil ich schwanger und viel mit Umzug und sowas zu tun hatte. Weil bevor wir nach Schweden sind, sind wir in ein Haus gezogen und wollten uns das so fertig machen, dass wir dann ein Leben lang drin leben können. Das war der Plan eigentlich. Genau, und das Yoga fand ich schon immer ultra entspannend, erdend, zu sich kommend und da fing quasi so die erste Meditationsannährung statt, sage ich mal. Ja. Und jetzt mit einer sehr guten Freundin, mache ich das jetzt wieder regelmäßiger. Macht ihr dann online, oder? Wenn Schweden und andererorts, ja. Ja, per Videocall machen wir das dann. Ja, das ist super. Sehr schön. Genau, und ich merke aber, dass ich, ich brauche mehr Zeit für mich und das verbindet ja eine Meditation und ich muss das in Angriff nehmen, ja, definitiv. Ich muss nur den Raum dafür erstmal finden. Das ist aber immer so ein Ding, dieses, wenn man etwas ändern will, muss man erstmal den Raum dafür finden, aber eigentlich muss man direkt loslegen. Die Entscheidung treffen und machen. Und das, da bin ich gerade, in diesem Punkt, dass ich das da oben verknüpfen kann. Dann los, ja. Da möchte ich jetzt wieder eines meiner liebsten Zitate anbringen. Weißt du wahrscheinlich, was ich jetzt sage, ich erzähle es häufiger. Meditiere täglich eine Stunde, kennst du es? Mhm. Fehlt dir dafür die Zeit, meditiere zwei, ne? Weil ganz viele Menschen eben sagen, ihnen fehlt die Zeit zu meditieren, aber es entschleunigt wirklich so sehr, ne? Das ist unfassbar. Und ich finde, Meditation hilft einem so, bei sich zu bleiben und dem Alltag zu trotzen. Und auch wenn der Wind noch so laut pustet, ja, die Ruhe in sich zu bewahren. Also, ich liebe meditieren. Ich finde es ganz toll einfach. Es gibt auch bestimmte Lieder, die einen so erden und wieder runterkommen lassen. Und egal, was andere von diesen Liedern halten. Wenn es für dich das Lied ist, wo du runterkommst, wo du wieder zu dir kommst, hörst du den ganzen Tag. Ja, was ist da dein Tipp erwischt? Sag ich nicht. Ich kann das jetzt gerade gar nicht, sag ich nicht, genau. Wie weit ist das sag ich dir doch nicht, ne? Das ist ganz, ganz krass aktuell. Ich war ja früher unheimlicher Rammstein-Fan. Ich weiß auch, was da gerade durch die Presse ging. Rammstein-Fan? Ja, ja, das ist, ne? Also, schon eher extremer. Ah, das ist auch sehr lustig. Ich war früher eher so Rock-Metal am Hören und hab Hip-Hop und R&B eigentlich gehasst. Ja. Würde ich mal, also, war mein Gefühl damals, Hass ist ein extremes Wort. Aber so war dieses Gefühl da gegenüber, ne? Ja. Und dann kam ja Topmodel. Und da hört man ja eigentlich auf dem Lauschtick eher so Musik, ne? So Hip-Hop, R&B, keine Ahnung. Ja, das ist, und das hat irgendwie so in mir getickert. Ich fand das ja eigentlich cool, weil man bewegt sich ja dazu im Takt. Und das fand ich eigentlich schön, ne? Und dann hat sich so eine Liebe entwickelt dazu. Und aktuell, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, bin ich so ein richtiges Fan geworden von Apache. Wie? Am Poncho? Kenne ich leider tatsächlich nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, es sind auch nicht die Texte oder sowas, aber irgendwas berührt mich an dieser Musik. Das hat überhaupt nichts, würde ich jetzt mal behaupten, mit Spiritualität in diesem Sinne, was man so damit verbindet, zu tun. Aber ich finde das absolut toll aktuell. Berührt dich. Ich kann mal googeln. Ich kenne es nicht. Verurteile mich da nicht. Nein, du, Geschmäcker sind. Oder verurteile mich nicht. Nein, ich liebe auch Musik, die Max Rabe zum Beispiel, ne? Finde ich auch unfassbar toll. Oder ein Adel Tawil, finde ich auch. Also ich bin da mittlerweile sehr Multikulti. Aber aktuell ist es halt, bin ich so ein Fan geworden, keine Ahnung. Ich werde dich gleich mal hören. Ich feiere es einfach. Ich kann ja nicht sagen, was es ist, aber die Texte, ich verstehe, ja, diese Ironie dahinter, was er anspricht, wie er es verpackt, das ist manchmal auch sehr vulgär in manchen. Aber irgendwie ist es das, was ich gerade brauche. Keine Ahnung. Ja. Ja, es ist ja auch jeder Lebensphase, ne? Variabel. Ja. Ja, definitiv. Aber ich finde auch ganz einfache, melodische Klänge toll und erdend, ne? Und wenn man Yoga macht und dann wieder runterkommt danach, ne? Dann finde ich das auch ganz toll, wenn man da einfach ruhige Klänge hat. Hörst du auch Mantren? Ich höre auch ab und zu mal ein Mantra, ja. Das war in der Schwangerschaft in meiner letzten enorm. Da habe ich ganz viel gehört. Das war auch in der Corona-Zeit. Da war es generell sehr anstrengend. Ja, für uns alle, ne? Genau. Und da haben mich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Es kam damals zu mir und es habe ich rauf und runter gehört und es ist jetzt weg. Und ich finde es auch nicht mehr. Ja, aber dann ist die Zeit einfach vorbei, ne? Dann war es damals wertvoll für dich und jetzt brauchst du es einfach nicht mehr. Und ich glaube, so wie diese Sachen so auf einen zukommen oder wie man Lust hat, diese Sachen zu hören oder zu sehen oder umzusetzen, so ist es halt auch richtig und so sollte man sie halt auch annehmen. Moment, auch wenn ich halt mich echt wie so ein Fangirl. Es ist ja nichts Schlechtes. Nee, aber irgendwie, also mit 32 muss man ja eigentlich mal, weiß auch nicht. Nee, finde ich nicht. Es ist völlig wurscht, wie alt man ist. Kann mal 111 sein. Ja, also, stimmt schon. Ich gebe dir auch recht, ne? Aber wenn es dann um einen selber geht, dann ist man so ein bisschen, hm, weiß nicht. Naja. Wie heißt es? Ja. Ja. Aber da gibt es doch auch eins, ich mag ja Zitate so gerne. Wie heißt es? Es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu, was fällig ist, ne? Das kann man ja hier auch wieder anwenden. Definitiv. Ja, das passt. Ja. Ja. Schönes Zitat, ja? Ja, wie gesagt, ich mag. Ich habe hier mein Büchlein, ne? Und da lese ich mal Zitate vor. Sehr schön, ja. Nee, klingt aber gut. Also, es klingt so, als wärst du auch ohne Model und Laufsteg-Dasein sehr, sehr glücklich, oder? Definitiv, ja. Ich vermisse es nicht so, dass ich das jetzt unbedingt wieder machen möchte, aber würde sich mir die Möglichkeit ergeben, heute nochmal irgendwas zu machen. Ich glaube, ich würde das total gerne machen, weil ich stand gerne vor der Kamera, ich habe das total gerne gemacht, aber ich glaube, so was heute von einem verlangt wird, ist ja viel, viel mehr als damals. Mit dem Social Media, mit dem Schauspielern, mit dem, was du alles können musst, ist viel, viel mehr. Gut, aber unterm Strich würdest du einfach sagen, dein jetziges Leben ist genauso, wie es ist. Perfekt, oder? Ich denke schon, ja. 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 Ja, ich habe den Mann, den ich liebe, an meiner Seite. Und der dich liebt. Hat mich auch ganz gern, ja. Ja. Ich glaube auch, ja. Zwei Kinder, ich glaube, das ist eh erfüllend, herausfordernd und erfüllend. Ja. Bunte Mischung einfach, ne? Ja. Wolltest du immer Kinder? Ähm, ich war nie jemand, der gesagt hat, ja, ich will unbedingt Kinder haben. Aber als sie unterwegs waren, war es für mich definitiv klar. Richtig. Und zwar, war dann, die haben angeklopft, hallo, wir möchten auf die Welt. Ja. Wirst du unsere Mama sein? Ja. Ja, nein, vielleicht. Ja. Ja. Komm mal vorbei. Ja. Ja, siehst du da, ne? Ja, siehst du da. Genau so. Ja. Ja, und, ähm, doch, es ist, aktuell, natürlich, sobald man etwas hat, was man sich immer gewünscht hat, kommt das Nächste, was man sich wünscht. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade der Schritt, zu lernen, mit dem, was man hat, absolut happy zu sein und zufrieden zu sein. Die Dankbarkeit, ne? Ich finde das wirklich so wichtig, dass man sich immer wieder bewusst hat, was man eigentlich im Leben hat. Nicht, was fehlt, sondern was schon da ist, ne? Und dann ist es ja de facto so, ne, dass man dann immer mehr davon anzieht. Definitiv. Ja. Gibt es denn einen Geheimtipp sozusagen, den du mitgeben kannst? Oder eine Sache, von der du sagst, außer jetzt Familie, also was jetzt die Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, über welchen Kanal konsumiert wird, für sich anwenden können, wo du sagst, okay, das bereichert mein Leben. Also nicht Kinder oder Mann, ja, weil es gibt Singles und ohne Kinder, aber irgendeine Routine, außer Pferdeboxenmisten, wobei, die können auch bei mir vorbeikommen, wenn das jemand machen möchte, sehr gerne. Gut, aber jetzt auch mal das Pferdemisten, also Boxenmisten zur Seite gestellt. Gibt es irgendwas im Alltag, was für jeden praktikabel ist, wo du sagst, das kannst du den Menschen ans Herz legen? Große Frage. Das ist die Masterfrage. Ja, deshalb zum Schluss, ne? Du hättest ja keine Lust gehabt, mich zu machen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das zu finden, was dich selber erfüllt. Nicht dein Partner, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, nicht deine Geschwister oder sonst irgendwen, sondern was dich erfüllt. Schön. Und darauf hinzuarbeiten und dich da dann erden zu können, dich da dann hineinlegen zu können in das Gefühl, genau dafür bin ich auf der Welt. Kriege ich Gänsehaut, ganz tolle Worte, Jenny. Nee, wirklich ganz, ganz berührend irgendwie. Die kam mir gerade zugeflogen. Ja. Danke. Ja. Wirklich, ja, die war wirklich durchgegeben, glaube ich. Also das kam jetzt sehr, sehr schön. Toll. Also sehr schöner Abschluss, vielen Dank. So wie du deinen Weg jetzt hier über YouTube findest. Ja, schau mal, ja. Nein, es fühlt sich richtig an, ne? Also ich finde, man kann sich sein Leben so schön machen, wenn man es bewusst lebt. Ich sage das immer wieder, bei mir selber war es durch die Spiritualität wirklich, gab es eine absolute Lebensveränderung. Also wenn ich jetzt 14, 15 Jahre zurückdenke, ich würde mich nicht mehr erkennen. Also wirklich, also rein optisch, ich war auch schon dunkelhaarig, ja, aber das war auch eigentlich die einzige Gemeinsamkeit. Sonst würde ich sagen, ist da außer dem Namen vielleicht noch nicht viel Ähnlichkeit. Denn das verdanke ich wirklich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass jeder davon profitieren würde, sich selber ein bisschen aufzuräumen und zu entwickeln. Ja, wir sind so verflochten in irgendwelche Verkettungen im Alltag, unter irgendwelchen Schichten begraben, dass wir wirklich davon profitieren. Die Ruhe zu finden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist, glaube ich, so der erste Weg. Der wichtigste, glaube ich, die Innenschau, ne? Wirklich. Nicht aufs Handy schauen, nicht irgendwelche Serien schauen. Nur YouTube, YouTube anschauen. Diesen Kanal, ja. Diesen Kanal. Abonnieren, Glocke aktivieren, was auch immer hier, ne? Kommentieren, genau. Kommentieren, ganz wichtig, für den eigenen Rhythmus. Schön, genau. Ja. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüsselmoment, der einen an einen anderen Punkt bringt im Leben, wo man über viele Dinge dann drüber nachdenken kann. Dass nicht die Schuhe wichtig sind, die man trägt, sondern dass man die Füße hat, die einen tragen. Schön. Das sind richtig weise Worte. Wirklich, ganz, ganz toll. Ja. Ich glaube, einfach die Innenschau, weil ich glaube, dass wir wirklich alles schon in uns haben. Und je mehr wir nach innen verbunden sind, desto besser können wir uns auch durchs Leben leiten lassen. Weil ich glaube, das Herz oder die Seele, je nachdem, wer dann da zu einem spricht, kennt wirklich den eigenen Weg. Und das meintest du wahrscheinlich auch eben, einfach losgelöst von den Stimmen im Außen, von Konventionen, Gesellschaft oder wie auch immer. Für sich zu entscheiden, in sich reinzufühlen, was ist richtig für mich und dann den Weg einfach zu gehen, ne? Genau, ganz einfach. Ja, mach doch mal. Mach doch mal, genau. Genau, wieso machst du es denn nicht? Genau. Easy, easy peasy. Ja, genau. Also wenn du jetzt gerade dieses Video siehst, dann überleg mal, ob die Botschaft dir vielleicht jetzt gerade etwas sagen möchte. Weiß es nicht, ne? You never know. Ja, richtig, ja. Jenny, also vielen, vielen Dank. Ich glaube, auch im Namen der Zuschauer so sehr, sehr schöne Botschaften. Tolle Geschichte, sehr spannend. Tolle Ausstrahlung, tolle Frau. Kann ich alles nur zurückgeben. Dankeschön. Vielen Dank. Tolle Geschichte, denn ich war nie bei Jeremy's Next Topmodel und werde ich auch in dem Leben nicht sein. Nächsten vielleicht, man weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, ob die Heidi dann wieder mitmacht. Genau. Die Größe hätte ich, die Größe hätte ich. Ja, das stimmt. Ja. Die Ausstrahlung auch, also das war's. Mach das mal. Du kannst doch jetzt auch mitmachen, da dürfen doch jetzt auch die Oldies. Warte doch einfach mal nach ein paar Jährchen, da bist du ein Oldie dabei. Jetzt wäre ich zu jung für die Oldie-Staffel. Ich weiß es nicht. Na, du hast ja eine reifere. Reifere. Eine reifere Frucht. Da gab's doch diese Werbung von DAF, oder? Kennst du die noch? Die war irgendwie so, ich sag mal, nicht ganz idealgetreu. Da könnte ich dann mitmachen. Aber ich seh halt auch Fotos, ich hab dir gesagt, ich seh halt aus wie ein Eierkopf. Du bist ein absoluter Eierkopf, ja. Ah, schön. Nein, aber ich kann ja Botschaften verteilen, das kann man ja auch nur mit Ton, nein, und in die Kamera sprechen. Es ist schon gut so. Also im nächsten Leben auch vielleicht bei Germany's Next Topmodel, aber in diesem hast du die Erfahrung gemacht und das war ja offensichtlich auch gut so. Definitiv, ja. Sehr schön. Nein, großes Dankeschön, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Die Geschichte mit dem Kameramann werde ich mir heute Abend auch so ein bisschen... Ja, es ist schön, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern damit. Ein Lächeln anzudeuten. Also großes Dankeschön und viel Zeug, gell. Ja, es ist schön, dir ein Lächeln anzude, und ich sehr kurz...